Dieser kreative Torjubel aus Estland ist ein Hit bei YouTube. Hidetoshi Wakui von Neme Kalju gelingt das 1-0 im Lokalderby gegen Flora Tallinn. Dem Führungstreffer feiert der Japaner mit einer kleinen Show. Seine Teamkollegen stellen sich wie Bowlingpins auf und Wakui kegelt sie anschließend mit dem Fußball um. Trotz dieser sehenswerten Performance geht das Spiel am Ende unentschieden aus. Die beiden Tallinnah-Klubs trennen sich mit 1 zu 1.